Korriban Korriban, die Geburtsstätte der Sith. Wir glaubten, vom Imperium seien nur noch Ruinen geblieben. Ich schwöre es. Ich hatte keine Ahnung, was in den Kisten war. Ich bin unschuldig. Ihr habt fünf Artefakte geschmuggelt, Captain. Na schön, dann behaltet sie einfach. Aber gebt mir mein Schiff zurück. Nicht umdrehen. Ich inspiziere nur die Truppen. Satil, was ist? Ich spüre große Dunkelheit. Das Sith-Imperium ist zurück. Wir müssen die Republik wahren. Unsere Fähre sind viel zu langsam. Tja. Ich weiß, wer das schnellste Schiff im Sektor hat. Savionsverteidigung umgangen. Alle Mann evakuieren. Achtung! 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 Mein Schiff! Kann es noch fliegen? Es ist nicht hübsch, aber hält was aus. Käpt'n macht das Schiff klar. Das ist unser Kampf. T7, die Ionenkanonen! Untertitelung im Auftrag des Nantes Funktion! Gesatil, dich erwartet ein anderer Pfad. Meister! An die Geschütze! Los! No! Nicht mehr lande, der Hyper! Der Antrieb ist fast soweit! Sie sind entkommen, Meister. Ihr habt versagt. Nein, Malgus. Das hier hat gerade erst begonnen. Ja, nach 1000 Jahren ist Korriban wieder in unseren Händen. Willkommen zu Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017